Das ist Anna. Anna hat sich gegen ein neues Laptop entschieden. Dafür aber, für ein rundum erneuertes Auf-Back-Market. Das ist gut für die Umwelt und ihren Geldbeutel. Anna freut sich echt. N'ast. Mach's wie Anna. Freu dich bescheuert, über erneuert. Top-Tech von Experten geprüft. Nachhaltiger und bis zu 70% günstiger als neu. Auf-Back-Market.